moin moin und herzlich willkommen zur nächsten folge farcry primal wir sind hier an der stelle ich zeig es mal auf der karte von der quest für tenzai den schamanen soll ja schwer sein schauen wir mal ob wirklich wer ist und zwar zack die maske von krati so betritt die heilige höhle und stelle die maske von krati na denn wollen wir mal ich will die keule nicht genau so möchte ich das haben also auch schon mal schön gemacht so gucken wir mal auf dem weg betritt die höhle wie das wird jetzt witzig müssen wir mal überlegen wie und wo ist denn hier eine höhle hier ist der eingang natürlich stockfinster war ja klar so schnell mal ein bisschen tauchen tigri kommt nicht mit hätte ich mir mal so einen trank nehmen sollen ne kriegen wir auch so hin wenn er denn auch mal schwimmt also die höhlen haben sie auch richtig fantastisch gemacht okay mit schleichen wird hier wahrscheinlich nicht viel oh das war die eule da ist die maske aber wenn ich den umniete bin ich dran hm 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 So, jetzt bin ich mal gespannt. Das heißt, er ist mal aufgescheucht. Also das kann ich heute nur eine Weile da machen, da gehe ich mal von aus. Na, schleichen sie rum und suchen mich. Kriege ich den? Bestimmt nicht. Jetzt guckt da mal einer vor, da. Den schick ich mal nach Hause. Die Nummer erledige ich selbst. Na, der Tigri da schon umgemietet kann es sein. Ja, wie ein Berserker will ich hier jetzt nicht unbedingt reinrennen. Ach, jetzt habe ich auch nicht genug schicke Sachen hier. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen Vogelfutter holen. Ich bin der Meinung, dann wie am besten ist, oh, da haben sie mich schon wieder erwischt hier. Mir bleibt gar nichts weiter übrig, als echt hier den Schleicher zu machen. Oh, fuck. So. 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 Die sind aber nett, die lassen mir hier ein paar Pfeile liegen Auf Wiedersehen So, gib mir mein Speer wieder Also hier hinten, an der Seite des Controllers Ist die Nummer doch schon eigentlich recht spannend Meisterschütze Ich hab's geschafft Cool Jetzt schnapp ich mir den Speer Die sind nämlich alle hier Mal da bei mir auf den Sack zu gehen So, das Ding hab ich mit dem Kopf geschossen Tut mir aber ein bisschen leid Oh ja, der Nächste Der kommt Nee, der kommt nicht Ich geh mal schwer von aus Wenn ich die Maske habe, kommen noch ein paar Aber Die können mir nix Gleich macht's wieder Klingelingeling Ja, springen Die schnapp ich mir auch noch Ich riecht mich Und wenn ich die Schnapp Die schnapp ich mich Ja, schnapp ich mich Ja, ich bin und stech sie ab. Schnell, Speri wiederholen. So, entkomme. Aus der Höhle. Nichts lieber als das, was du so schrumpfschreien musst. Ne? So, wir haben ein paar umgenietet, kann ich mir Zeit lassen. So, wir haben ein paar Jahre alt. Ich hab doch von da oben noch ein paar Speere gesehen ebend. Wo standen die? Okay, jetzt ist es auch egal. Hoppala. Das waren hier noch nicht alle. Okay. 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 Jetzt schmeiß ich hier mit Keulen. Pass mal auf. Ah, die brauchen ein paar Meter Keule. Also es ist nicht so, dass man die mit einem Schlag umgenietet bekommt. So, wollen wir mal hier lang krauchen. Ja, man hätte natürlich... Man hätte auch den Schleicher hier spielen können und hier ins Wasser und hochkrabbeln und dran vorbeigrabbeln. Nee, ist nicht unbedingt meins. Ach, guck mal hier, jetzt ist die Tür offen. Krati, Krati, Krati. So, die Maske von Krati abgeschlossen. Da haben wir die Trophäe. Und die schwerste, beziehungsweise für mich schwerste und wichtigste Trophäe Meisterschütze auch erledigt. Tralalala. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass ich hier ein Tänzchen auf dem Sessel mache. Oh, ich freue mich. Ich freue mich, Prakat. Krati. 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 Ich pisse erst mal drauf auf, der Vorhöl. Hammer. Ich muss das Leo beschämt, dass der Fall ist. Ich will das Lied auf dem Weg. Das war's für heute. So, und da geht die Geschichte weiter. Ay caramba. Bevor wir hier hin hüpfen, müssen wir noch mal ins Dorf. Da sind wir ja jetzt, glaube ich, Gott sei Dank. Ne, wo sind wir denn hier? Hier. Ach, schade. Da waren vorher noch viele andere Missionen, die wir hätten machen können. Ist egal, jetzt müssen wir doch da rein. Okay, aber das erst in der nächsten Folge. Ja, vielen Dank fürs Reinklicken. Und wäre schön, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, euer Olli.